hey freunde willkommen zu einer weiteren top neuheit 2022 das jahr 2022 hat uns echt viele schöne neuheiten herausgebracht klar weniger als jahre davor aber dennoch schöne neuheiten für uns im deutschen markt jetzt gesehen wir haben hier von lessee die kingkongs aus der thundercong reihe oder waren es die thundercongs aus der kingkongs reihe i don't know auf jeden fall 40 stück pro packung es handelt sich hier um feuertöpfe die feuertöpfe bestehen aus crackling mit 7,5 gramm das ganze teil ist komplett plastikfrei naja außer dieses klebeband hier sind wieder pack verpackung und preislich liegen wir hier zwischen 15 und 20 euro je nachdem woher sie bekommt meine sind zum beispiel von röder der link für röder ist unten in der beschreibung könnt ihr gerne vorbeischauen vielleicht findet ihr auch mal was schönes und könnte dort bestellen aber jetzt erstmal weiter zu den kingkongs die kingkongs sind jetzt gleich draußen im test so freunde das noch die kingkongs einzeln ist langweilig deswegen dachte ich mir wir machen was auch gleich ein verbund das stehen schon die anderen und los geht's und los haben das 40er pack echte kaufe empfehlung die die Untertitelung. BR 2018